JFT, just fair and direct. Und somit erstmal an alle herzlich willkommen zum einen hier im Webinar auf YouTube und ja, das sind glaube ich die zwei, ich weiß nicht, hast du noch ein Webinar offen? Wir haben technisch ziemlich viel auf die Beine gestellt heute und ich hoffe, dass es funktioniert. Somit die Frage an den lieben Dirk, funktioniert technisch alles? Ich glaube, ja. Also ich kann bis jetzt zumindest nichts anderes erkennen. Ich hoffe, das geht bei YouTube, kommt irgendwie auch alles da an, wo es ankommen soll. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, bitte sagt es einfach gerne. Genau, perfekt. Ja, damit wir da irgendwie auch reagieren können. Aber es sollte eigentlich alles funktionieren. So, ich freue mich natürlich auch. So, heute mit Bild. Wir sind zwar noch ein bisschen unsortiert im Bild. Der eine sitzt höher, der andere tiefer. Aber okay. Aber wir haben es, glaube ich, immerhin hinbekommen. Und das ist ja auch sehr schön, nachdem ich das letzte Mal ja vergessen habe, tatsächlich überhaupt den Markus da unten reinzuschreiben mit Namen, haben wir heute dann dafür das doppelte Programm. So, ich hoffe, das funktioniert alles. Ich sehe jetzt hier allerdings noch das Bild vom Stereo-Trader. Das ist richtig, ja? Ja, ja, klar. Bei YouTube sollte alles da sein. Perfekt. Dann machen wir doch an der Stelle erstmal den Risiko-Hinweis. Da wollten wir ja auch irgendwie das gemeinsam machen. Jetzt kommt für alle der Risiko-Hinweis. Genau. Kann ich den Risiko-Hinweis jetzt vorlesen? Natürlich. Lest euch diesen bitte durch. Achte bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass er all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vor Traden definitiv nicht als Handels-MP nur wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt. Da wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Und dann freue ich mich, dass wir jetzt loslegen. Von meiner Seite brauche ich gar nicht viel machen. Du stellst jetzt einiges um kurz, dass YouTube auch alles sieht und dann sind wir quasi richtig on air, oder? Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt wegen der Technik, aber eigentlich mehr, weniger wegen dem Markt. Das ist ja irgendwie täglich Brot. Aber die Technik, die, ich kann hier gar nicht irgendwie Augen und Finger genug haben, aber es wird schon irgendwie gut gehen. Perfekt. Ja. Wir machen es immer, bleiben hauptsächlich auf meinem Bildschirm, wenn du dann halt auf deinen gehst und noch, dann, oder wenn die Zuschauer, Zuhörer dann eben halt sagen, so, okay, wo ist Markus' Bild, dann versuche ich das hier noch irgendwie einzufangen. Das konnten wir vorher nicht proben, das kriegen wir aber auch noch irgendwie hin. Genau. Wir gehen im Webinar jetzt zu Dirks Bildschirm noch, sieht man da nämlich meinen. Ich werde dann auch später nochmal erklären, was ich da heute so alles fabriziert habe. Aber wir wollen uns ja jetzt erstmal gleich die US-Markteröffnung anschauen. Und somit im Webinar geht der Bildschirm jetzt auch noch an den lieben Dirk über und dann sehen alle diejenigen, die jetzt im Webinar mit drin sind, natürlich auch den Bildschirm vom Dirk. So, da ist er. Aber dann muss ich wieder hier so überkrauchen, ne? So. Ja, wir bräuchten irgendwie mal so ein paar Kameramänner und Tonmänner und weiß ich nicht was. Aber es geht schon. So, okay. Also, was machen wir heute? Bitte. Hey, komm, ihr mit euren Kommentaren. Jetzt so ein bisschen Zurückhaltung hier angesagt, ein bisschen Anstand. Also, was machen wir heute? Markus, long oder short? Ist ja auch sonst immer deine Frage. Also, ich habe es ja gerade, wir hatten ja gerade Wirtschaftskennzahlung. Ich muss echt, da guckt man die ganze Zeit, da sind diese Kamera da. So, jetzt, so, warte, so, so, jetzt. Ja. Wir hatten ja gerade Wirtschaftskennzahlen, die erstmal aus wirtschaftlicher Sicht gut waren, aus Zinssicht schlecht waren. Blöd für die Indizes. Wir hatten uns das Ganze im EUROS dort ja schon angeschaut. Da ist es theoretisch kurzfristig short, mittel bis gleich eigentlich wieder long. Und wir haben in den Indizes, gerade im S&P 500, was ich mir immer so anschaue, so ein bisschen so eine Art Range, mit der würde ich heute arbeiten. Das sehen wir im Dow Jones auch oben so ein bisschen. Wir haben quasi so ein bisschen so eine Zone, wo der sich die ganze Zeit jetzt aufgehalten hat. Ich würde hier gucken, da die Stärke, auf All-Time-High-Niveau, die Stärke kann natürlich weiterhin Bestand haben. Ich habe zwar so ein bisschen im Bauch eher short, aber entweder faked er oben raus, um dann zu shorten, oder aber er geht gleich unten raus und dann in den Retest in diesen Bereich hinein. Das wären so meine Kernüberlegungen für die Short-Seite. Und long müsste man mal gucken, wenn der, da würde ich dann nochmal schauen. Ich glaube, da sind wir uns sogar weitgehend einig. Also ich habe zwar gestern irgendwie auch, gestern Abend noch gesagt in meinem Stream, eigentlich, wenn das jetzt irgendwie über Nacht laufen würde, oder wenn das hier während des Tages passiert wäre, dann wäre ich da einfach nur weiter short gegangen. Ansonsten kann der aber korrigieren, und zwar bis hierhin, da ist jetzt irgendwie auch schon ein Stück drüber. Meine Überlegung kommt natürlich aus dem Daily. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, eben den Daily drüber zu setzen, beziehungsweise eben halt auch das Framing, was wir dort ja dann auch immer wieder sehen. Und da haben wir momentan so ein bisschen eine Umkehr eben nach short. Und er versucht hier gerade für meine Begriffe eigentlich nicht mehr als das Maximum irgendwie auszuloten, nach dieser Tageskerze da von gestern. Und deswegen gehe ich davon aus, wir spiken irgendwie so hoch, wie es geht hier im Vortag, wahrscheinlich irgendwie bis an die Vortageseröffnung und gehen dann wahrscheinlich runter. Das wäre so zumindest mein Ansatz, den ich hier gerne verfolgen würde. Generell hier unten habe ich dann noch so ein Level. Also es ist das ursprüngliche Level, wo wir eigentlich irgendwie hin sollten. Nach meinem Dafürhalten zumindest mal irgendwie gestern Abend, aber über Nacht, haben die Asiaten da wahrscheinlich schon wieder irgendwie fleißig gehandelt. Und deswegen sind wir da jetzt so ein bisschen drüber über der ganzen Nummer. Wo ich aber gerne hingehen würde, das wäre halt hier nochmal an diesem Punkt. Das heißt an die 42.030. Ich habe das hier gekennzeichnet als LOC, Level of Crime. Das ist immer so ein bisschen Regelverstoß, so nenne ich es halt immer. Weil das, was wir hier sehen, in der Regel halt oft nicht funktioniert. Das heißt, wir haben im Fall in den SMA 20 ganz simpel und da ist er einfach mal so durchgestiegen. Und das wird dann in der Regel auch nochmal abgeholt. Und deswegen glaube ich halt auch, genau wie du, dass wir eher so ein bisschen Range hier jetzt erstmal finden müssen oder wahrscheinlich auch werden. Und der Markt, also jetzt wahrscheinlich ein bisschen hoch spiked, aber dann halt relativ schnell darunter kommt auch die 42.000, 42.030 um den Bereich rum. Wer auch hier so, da wo das Spike gestern irgendwie nach unten angefangen hat, würde natürlich auch extrem gut dazu passen. Also dieses Gebilde hier und dass wir das eben auch nochmal von oben antesten. Und alles Weitere muss man dann mal sehen. Aber das wird ja alles nicht jetzt irgendwie in einer halben Stunde komplett irgendwie abgefrühstückt sein. Also rauf, runter und nochmal rauf. Sondern wir werden ja irgendwie eine Bewegung hier kriegen, auf die wir uns dann ja wahrscheinlich dann auch irgendwie konzentrieren müssen. So sehe ich das. Also ganz ähnlich sind wir da tatsächlich dann auch in unserer Sichtweise unterwegs, was ja grundsätzlich nicht so schlecht ist. Nee, das ist gut. Also der S&P, der hat gerade mal so ein bisschen rausgespiked oben dort aus dieser Range, die ich in der US-Opening-Belle mal einzeichnete und kam jetzt erstmal wieder rein. Also wenn da von meiner Seite jetzt irgendwie was kommt, von den Gedanken her, dann würde ich da logischerweise mal reinbrüllen. Ich würde jetzt im EU-Western den erstmal sein lassen heute. Also wie gesagt, der ist schon long gerichtet jetzt wieder. Und haben wir ja auch gesehen, ich bin halt ein bisschen ungünstig ausgestoppt worden vorhin aus meiner Long-Position mit dem Rest meiner noch offenen Position. Aber da würde ich jetzt auch erstmal abwarten, weil die Idee ist eigentlich durch. Und höchstens, wenn der jetzt nochmal, aktuell stehen wir hier im Bereich 1,11,52 ungefähr. Wenn der nochmal so ungefähr 25 Tics tiefer kommt, also wirklich nochmal an die Tagestiefs rankommt, dann würde ich hier nochmal einen Long, da lege ich mir auch mal einen Alarm rein. Jetzt den lege ich mir mal an die 28 oder vielleicht so an die 30. 30 lege ich mir mal den Alarm. Und wenn der jetzt wirklich nochmal nach unten kommen sollte, weil ich würde den, wenn, dann überhaupt nur Long nehmen wollen, dann würde ich da unten vielleicht nochmal überlegen für den All-Western. So, Dow Jones geht oben raus. Wir haben es jetzt auch gleich 30. Also die Markteröffnung ist noch nicht da. Und der drückt dann raus. Ein Stück nach oben. Ja, ich platziere mich da oben mal todesmutig mit einer Limit Short, allerdings als Pullback definiert. Das heißt, wenn wir da drüber springen, ist erstmal nicht so wahnsinnig schlimm. Sondern der wird ja dann erst, beziehungsweise ist er gar nicht. Moment, den machen wir mal als Pullback. Hier mit ein paar Punkten, falls er überhaupt irgendwie draufkommt. Weil das gerade irgendwie, wenn vor der Kasse, also das hat immer so, finde ich, zweierlei. Einerseits, wir haben natürlich hier ein monströses Aufwärtsgap jetzt im Kassamarkt. Und das ist natürlich irgendwie führt eben dazu, dass auch gerne mal Position erstmal schnell abgestoßen oder draufgesprungen wird. Deswegen haben wir die Folgereaktion, die wir jetzt gerade sehen. Die Frage ist nur, macht die Liquidität das mit da oben? Das ist natürlich dann wieder die Grächenfrage. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das oben auch relativ schnell irgendwie dann auch nicht weiterkommt. So, jetzt wäre natürlich ein bisschen schade, wenn wir das High nicht erreichen. Also würde ich schon gerne irgendwie mal gucken bei der 200. Aber viel weiter sollte der eigentlich nicht ohne weiteres kommen. Und nicht ohne Gegenwind zumindest. Es ist ja nur die Frage, kommt man da jetzt irgendwie sauber rein? Genau, wir haben jetzt den S&P, der drückt jetzt auch schon so ein Stück nach unten. Also die Markteröffnung ist jetzt durch. Und jetzt kann man natürlich überlegen, will man jetzt sofort irgendwie was machen? Ich bin eigentlich eher mein Freund davon, erstmal eine Viertelstunde abzuwarten. Aber du bist ja ein bisschen aggressiver unterwegs. Und mitunter, mal gucken, wenn der jetzt unter die Tiefs geht im S&P, da kann der erstmal so ein Stück sich einbremsen auf der Unterseite und erstmal wieder anziehen. Ja, wesentlich noch bin ich jetzt nicht gewillt, darum ihn gleich raufzudrücken. Aber kurzfristig sollte der S&P jetzt erstmal wieder ein bisschen kurz Boden finden und dann mal gucken, ob er sich oben das Ganze nochmal anschaut. Könnte für dich sein, dass der oben dann vielleicht auch der Dauer oben nochmal reinkommt. Ja, wäre sehr nett, wenn er das machen würde. Meistens ist der Markt ja leider nicht nett. Und ich meine, sieht man ja hier schon, wenn man da jetzt mit einer Stop-Order runtergegangen wäre, wird man jetzt irgendwie auch schon gerade ein bisschen schräg aus der Wäsche gucken. Mal gucken, ist natürlich erstmal der Impuls. Ich meine, man handelt natürlich, wenn man dagegen shortet, natürlich komplett gegen den Impuls. Das ist halt immer auch ein bisschen risky. Aber wir haben jetzt erstmal die ersten zwei Minuten. Ich bin hier im Zwei-Minuten-Chart unterwegs. Und das hat ja noch nicht wirklich Aussagekraft. Hier oben ist der M15. Das ist für mich immer so ein bisschen die Nummer größer, die ich halt gerne dann irgendwie auch mit angucke. Was heißt Nummer größer? Einfach der Erste, der mal ein bisschen sauberer in der Regel seine Struktur halt irgendwie macht. So, ich würde jetzt mal einen hier schon mal hinpacken. Das heißt, wie beim letzten Mal, ich würde mich hier versuchen zu skalieren. Fange da erstmal mit einem relativ großen Stop an. Und mal gucken, ob wir da halt jetzt dann irgendwie nochmal direkt runterkommen oder ob wir jetzt hier nur so ein bisschen Reaktion sehen. Das wäre natürlich sehr schade, wenn es nur ein bisschen Reaktion wäre. Aber mal gucken. Erstmal ist es ja ganz okay. Weil der muss das natürlich nicht komplett da oben erreichen, nur wenn ich das da hingezeichnet habe. Das ist ja eher so, wo ich sage, das ist das Maximum einfach von dem, was da halt möglich ist für meine Begriffe. Und das muss er jetzt nicht unbedingt ausreizen. So, erstmal Reaktion ist da. Wobei wir noch nicht da oben gewesen sind, wo ich eigentlich hin will. Das ist halt auch klar. Das heißt, deswegen habe ich auch noch eine Order da oben drüber. Würde dann aber halt eben, wenn er komplett oben durchziehen sollte, was ich nicht glaube, würde ich da aber auch erstmal wieder rausgehen. Also jetzt hier nicht, das Thema hatten wir schon ein paar Mal irgendwie blind verbilligen oder so. Da bin ich kein Fan davon. An der Stelle verleiht für diejenigen, die sich auch so ein bisschen die Korrelation der Märkte anschauen. Wenn man, also der Dow Jones und die Nasdaq, das sind beides so Märkte, die sich auf jeden Fall schneller bewegen als der S&P 500. So, und jetzt ist der S&P 500 in der Situation, wo Dirk gerade eingestiegen ist, short, war der S&P an den aktuellen Kernanzeiten tiefsgutig. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber er ist aus der Range schon unten raus, in Anführungsstrichen merklich. Also er zeigte Schwäche. Dow Jones in dem Moment ganz kurz nochmal Stärke. Also hier mal gegenzuhalten. Klar, wir wissen nicht, der S&P kann auch genauso nach oben wegdrehen. Aber da dann eben mal diesen Unterschied der Korrelation zu handeln, diese kleinen Unterschiede, kann man schon machen. Und finde ich jetzt auch nicht verkehrt, so einen Einstieg zu wählen und da mal gegenzuhalten. Wo ist jetzt, also du hast jetzt im Endeffekt noch keinen Stopp, weil du ja oben nochmal die nächste Position drin hast, ne? Ja, also 100 Punkte Stopp, ne? Die sitzt da oben drüber, die sieht man jetzt nur nicht. Die ist ja ohnehin automatisch eingestellt worden. Aber halt eben mit dem Hinblick darauf, dass ich halt hier mit als Beispiel 10 Kontrakten reingehen würde und dann halt nach oben dann halt eben sozusagen, also nochmal averagen, ne? Und wenn er aber jetzt halt am Stück natürlich mit runterkommt, dann versuche ich natürlich hier ein bisschen mehr Strecke mitzukriegen. Einfach damit das monetär dann halt auch mehr Sinn macht, weil ich meine, hier sind es jetzt 230 Euro plus. Das wäre ja nichts anderes als 25 Punkte gerade mal mit 10 Kontrakten. Und ich würde halt gerne versuchen, die ganze Strecke mitzunehmen. Also jetzt hier nicht nur ein Skype zu machen, sondern schon irgendwie. Ich hoffe, das ist kein Fehler, ne? Weil das ist halt immer so ein bisschen auch die Gefahr dabei, wenn man irgendwie zu gierig ist, ja, dann, weil das Ding war jetzt ja schon irgendwie ordentlich im Plus, ne? Und nicht, dass man da nachher dann mit einem Minus rausfliegt, weil man halt irgendwie zu viel haben wollte. Deswegen muss man sich jetzt immer vorher überlegen, was man eigentlich machen möchte. Will man halt irgendwie nur so ein paar Punkte irgendwie mitskypen? Ich meine, dafür war es ja schon gut. Und es waren ja auch deutlich mehr als nur ein paar Punkte. Oder will man halt wirklich sich auch so ein bisschen quälen? Ja, also das hat nichts mit Selbstkasteiung zu tun. Aber es ist ja auch immer eine Frage dessen, okay, was hat man denn überhaupt auf dem Schirm? Was hat man im Plan, was der Markt eben tun sollte? Und versucht man halt wirklich darauf zu bauen und dann eben das ganze Ding halt mitzunehmen? Das würde ich jetzt hier mal machen. Wenn es jetzt nur darum ging, im Live-Trading zu punkten, ja, dann hätte ich schon längst auf den Knopf gedrückt und hätte dann gesagt, siehste, passt doch, wieder 20 Punkte, danke, tschüss. Aber ich würde das halt hier jetzt mal ein bisschen anders versuchen. Und das kann natürlich ein Fehler sein. Deswegen ist, dann habe ich, oder haben wir ja auch am Anfang nicht nur den Risikohinweis eingeblendet, sondern ja auch gesagt, bitte nicht einfach nachmachen. Das ist schon immer ganz wichtig eben auch. Genau. Also ich hatte ja eine Überlegung. Ich würde mal ganz kurz meinen Bildschirm nehmen wollen. Ja. Dann versuche ich mal, ob ich das hinbekomme, ja. Ja, okay. So. Ich suche mal ganz kurz den Stream raus. So. So, da hatten wir heute, also es gibt ja von meiner Seite, diejenigen bei YouTube-Zuschauer werden das sicherlich kennen und auch die im Webinar drin sind, kennen das natürlich. Da hatte ich hier im Prinzip ja schon heute Morgen, also vorhin eingezeichnet, dass jetzt dort so eine Art Range kommt. Das hatte ich auch hervorgehoben und nochmal erklärt. Und dann immer nach hinten hingehend kommen so ein bisschen die Ideen, die ich jetzt dadurch resultierend aufbaue. Und dieser Pfad, der rote, ja, der quasi schon fast getätigt war, das war halt noch alles vorbörsig, es war nicht so schön, der ist jetzt aktuell aktiv. Aber der zweite rote, den würde ich jetzt noch auf dem Schirm haben. Also wir machen das mal so groß. Also wenn jetzt quasi der SMP, der jetzt gerade nach unten hier rausgeht, also hier, hier unten jetzt gerade rausgeht, Wenn der jetzt hier nochmal so irgendwie zurückkommt, dann könnte ich mir einen Short vorstellen. Das Szenario, das hier oben ist quasi schon passiert. Der kam kurz oben raus und ist jetzt nach unten gegangen. Jetzt kommt noch das zweite, was vielleicht tragen kann. Viel mehr Ideen für die Short-Seite habe ich erst mal gar nicht. Wir könnten auch das Long noch hier unten überlegen, aber ich würde aus dem Bauch raus eben eher auch erst mal zumindest die Short-Seite sehen wollen. Von daher würde ich mich jetzt an der Stelle für den Short entscheiden. So, und da kommen wir jetzt gerade so ein bisschen eventuell nach oben. Der Alarm liegt jetzt hier drin bei, ja, so 66. Und dann gucken wir mal, dass er das wisst, wenn wir da vielleicht auch dann wieder drauf sind auf Dirks Bildschirm. Dieser Bereich, so 66, 67, 68 hier, das ist der, da arbeitet der Dirk auch ganz gerne mit, in etwa der Point of Control. Aber da könnte man vielleicht jetzt gleich mal mit Dirk arbeiten. Kriegst du das hin, Dirk, aus dieser Zone einen Point of Control anzuzeigen hier? Geht das bei dir? Nur, wenn du mir die Uhrzeit sagst, ja. Dann würde es gehen. Ja, also das ist egal. Doch, machen wir mal ab hier. Das würde ich ja sehen. Ab 9 Uhr, nee, ab, was ist das immer nach vorne hingerichtet? Ab 9 Uhr 37 bis quasi, ja, jetzt so ein bisschen, also dieser Bereich, diese Zone hier, will ich sehen. Okay, also 9 Uhr 35, sagen wir mal als Beispiel. Und da würden wir jetzt höchstwahrscheinlich den Point of Control dieser Zone, weil wir hier eine ganze Menge, dann haben wir hier eine ganze Menge Sammelzeug, dann haben wir hier nochmal eine ganze Menge und hier, das ist so das meiste, also werden wir auch den Point of Control hier irgendwo liegen haben in dem Bereich. Und wenn wir da eben hinkommen, ab der 66, 67, so würde das aktiv werden, diese Zone, da könnte ich mir halt dann im Moment dann eben diesen Short-Gedanken, den ich vorhin schematisch eingezeichnet habe, so könnte ich mir das vorstellen. Und da warte ich jetzt drauf, dass das idealerweise kommt und da dann eine Drehung kommt und ich da dann auch idealerweise wieder mit einem kleinen Risiko reinkomme. Wenn der direkt nach unten abpfeift, habe ich halt Pech gehabt. Da habe ich vorhin vorne diese ersten Gedanken hier oben, den habe ich halt nicht bekommen. Da wollte ich auch noch nicht, weil es vorbörslich war, da war man noch vorhin in der US-Opening-Welt drin, beziehungsweise das war, glaube ich, sogar noch zu Ende des Webinars. Und das ist mir der Kurs für der US-Opening-Welt jetzt auch knapp. Aber du bist jetzt natürlich im S&P, ne? Also ich habe jetzt gerade hier das Ganze im Daumen gemacht, also habe ich ein bisschen falsch verstanden. Ach so, ja. Gibt natürlich auch, ne? Klar. So, ich würde mal ganz, darf ich nochmal wechseln auf meinem Bild, weil der Trade läuft jetzt ja gerade so ein bisschen auch an. So, das siehst du dich jetzt gerade selber, aber das müsste jetzt hier nochmal das Bild dann sein, ne? So, er hat oben die zweite Order nicht ganz erreicht, nur knapp davor, deswegen ist die nicht mehr da. Aber man hat es ja vorhin gesehen, sind wir im richtigen Bild, ja? Okay. So, und deswegen bin ich hier mit zwei Kontrakten rein, statt mit den ganzen fünf, weil er die nicht ganz erreicht hat. Also, ein bisschen tiefer skaliert als geplant, aber wir sehen jetzt erstmal genau die Reaktion, die wir halt haben wollten. Ich zeige es auch mal, ich zeige es nicht. Hä, wo ist es denn? Ja, jetzt geht hier, Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Warum zeigt er meinen Stundenchart hier nicht an, da unten in der Ecke? Na, egal. Das ist jetzt so eine kleine technische Herausforderung, die ist jetzt aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig wichtig, beziehungsweise ich kann ja mal irgendwie kurz zurückschalten hier hin. Hier sieht man es ja, ne? Da oben halt das Level, das ist halt, ja, über einen Punkt reden wir jetzt nicht, aber halt erreicht. Und ich warte immer noch drauf, dass wir hier runterrutschen, eben auf die 42.030, dann halt mit einem Impuls, der dann halt wahrscheinlich zum Ende der Stunde hin dann halt eben kommen sollte. Und deswegen, nur um das eben nochmal zu verdeutlichen, habe ich das jetzt hier, habe ich mich für die Skalierung entschieden, weil ich schon glaube, dass wir da halt nochmal in gewissen Dampf kriegen werden. Das ist natürlich ein bisschen, ich will gar nicht mal sagen riskanter. Riskanter ist es nicht, es ist einfach nur, es dauert ein bisschen länger. Man muss ein bisschen mehr Sitzfleisch haben, ein bisschen mehr Geduld haben. Oft, wenn auch nicht immer, ist das aber halt durchaus zielführend, wenn man dann halt, gerade wie der Markt jetzt, wenn er einen nicht ganz genau abholt, und wenn man es nicht ganz genau eingrenzen kann, das sind jetzt oben irgendwie plus, minus 10 Punkte, finde ich das halt immer irgendwie so eine Art und Weise, das zu machen, die halt durchaus jetzt nicht so doof ist. Und wir sehen ja auch, der Markt reagiert ja, da oben ging es nicht weiter, da war die Liquidität, so wie es jetzt aussieht, endgültig zu Ende. Und wenn wir jetzt noch ein neues Tief kriegen, da unten runter, und dann sieht das eigentlich gut aus, dann müssen wir nur noch 100 Punkte fallen, und dann haben wir das ganze Ding hier eingetötet. Wäre schön. Wäre schön, sehr schön. Es kommt an dich eine Frage hier, von Klaus an Dirk, die Frage, da du ja eben auch vor allem den Dow Jones handelst, mit welchem SL gehst du rein, wenn es sich nicht, ist relativ klein, deswegen stotter ich so ein bisschen, wenn es sich nicht um eine Live-Session handelt, aufgrund von neuen Zahlen, also ich weiß jetzt nicht, was neue Zahlen jetzt bedeutet, da muss man ja natürlich den SL ein bisschen weiterhalten. Zahlen, meinst du jetzt die Wirtschaftskennzahlen, oder was meinst du mit den Zahlen? Ja, erstmal von dir die Antwort, Dirk. Ja, man muss sich ja, egal was man handelt, an der ATR richten. Also es nutzt ja nichts irgendwie zu sagen, ich habe immer nur einen Stop von 10 Punkten. Das macht insofern dann Sinn, wenn man immer zu den gleichen Zeiten handelt, und wenn die 10 Punkte dann der ATR, von was weiß ich, 30 Sekunden entsprechen, dann ist das ja okay. Okay, da ist da nichts dagegen zu sagen, aber wenn man unterschiedliche, also so sehe ich das zumindest, wenn man unterschiedliche Handelsansätze verfolgt, wie jetzt zum Beispiel hier, ich meine, hier ist irgendwie 100 Punkte Stop, das kann man ja nicht machen, wenn man irgendwie skallt, dann fliegt einem das ja regelmäßig dann um die Ohren. Hier finde ich es jetzt legitim, aber halt so im normalen Handel würde ich da eigentlich immer eher so 30 Punkte ansetzen, 25, 30 Punkte. Und bei News, also wenn es NFPs sind, brauche ich mit 35 Punkten oder 30 Punkten gar nicht anzufangen. Das ist halt, deswegen meine ich halt, man sollte immer gucken, okay, was habe ich für eine Volatilität? Und das zeigt mir ja die ATR ja auch natürlich an und richtet sich dann halt eben danach. Alles andere wenig sinnvoll. Ich meine, wenn der Stop kleiner ist als eine durchschnittliche Minutenkerze, führt das wahrscheinlich irgendwie zu gar nichts. Genau, also ich würde jetzt, wenn jetzt die Wirtschaftskennzahlen rausgekommen sind und die jetzt auch schon durch die US-Markt eröffnet, die Zahlen kamen 14 oder 30 heraus, jetzt haben wir es dreiviertel Stunde später, da hat jetzt die Zahl, die sind heute auch nicht so gigantisch wichtig gewesen, die haben jetzt keine Auswirkungen mehr auf die aktuelle Volatilität. Die Vola, die jetzt aufkommt, ist einfach die normale Markteröffnungs-Vola, die eben berücksichtigt, dass wir eben schon vorbörslich relativ stabil sind und da halt dadurch schon ordentlich ein Gap auf die Beine gestellt wurde. Also das ist ja eine normale Volatilität. Und man muss halt schauen, wie du schon richtig sagst, die Schwankung des Marktes spielt natürlich immer eine Rolle und auch das Wissen, dass man in der Markteröffnung die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde meistens die größte Marktschwankung des Tages hat, dass ich in der Phase theoretisch eigentlich einen größeren Stop bräuchte. Aber, und deswegen bin ich auch meistens gar nicht so erpicht darauf, in den ersten Minuten zu handeln, ich müsste in der Phase theoretisch durch die größeren Marktbewertungen partiell einen größeren Stopp nehmen, aber dadurch wird der Handelstag jetzt nicht größer. Sprich, ich habe da irgendwie im Worst-Case einen Stopp von 50 Punkten, habe aber am Ende nur eine Bewegung von 250 Punkten. Das ist dann rein vom Verhältnis her nur ein 5 zu 1. Und von daher ist es bei mir meistens so, dass ich lieber diese erste, ganz schnelle Phase abwarte und wenn es sich beruhigt hat, nach einer halben Stunde, meistens so zwischen einer Viertel und einer halben Stunde, wird es ruhiger, die Kerzen wieder kleiner, alle atmen durch und Business as usual, dann fange ich erst an, aktiv zu werden. In vielen Fällen. Im S&P ist es ja ein bisschen anders, der ist ja generell ruhiger. Wenn man sich den jetzt anschaut, im Verhältnis zum Dow Jones, ist der ja wirklich ganz ruhig unterwegs. Ja, klar. Es ist natürlich der Liquidität ja ganz klar geschuldet. Ich meine, S&P ist deutlich mehr Volumen drin als in einem Dow und deswegen springt der natürlich auch nicht so. Nasdaq hast du es ja genauso. Der springt ja auch gerne mal durch die Gegend, wo du so denkst, gerade im Future. So, was brauchen die? Aber das liegt einfach nicht daran, sondern es liegt halt ja tatsächlich dann einfach nur an der Liquidität. So, was wir jetzt hier sehen, den M15 finde ich nicht so gut, wie der geschlossen hat. Der wäre mir lieber gewesen, der hätte irgendwie in Rot geschlossen, ist jetzt aber auch nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium für den Trade. Weil was ich jetzt hier sehe ist, ich habe hier unten ja auch noch das WIPOC-Add-on drin, das zeigt mir die Value Area, zwar auch festgesetzte Zeiten an, also für den ganzen Tag, aber eben am Future gemessen. Das ist kein Tickvolumen. Und auch der Point of Control kommt nicht aus dem Tickvolumen, sondern das kommt vom Future. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Add-on, was hier reinspielt. Und da hat er ja gerade nicht mehr gemacht, als eben ganz genau da oben angesetzt. Also das wird alles in Echtzeit umgerechnet. Und da sieht man auch, okay, Präzision eindeutig da, hier unten der Point of Control, der in Orange. Wenn sie jetzt da nicht weitergeht, müsste es eigentlich dann halt gleich nochmal einen Schub da hinkriegen. Ansonsten, wenn er sich jetzt aber versucht, da oben drüber rauszuschrauben, über die Value Area, also das heißt über den Haupthandelsbereich oder über die Range, die das Volumen uns bis jetzt hier vorgegeben hat, dann wird es natürlich schwierig mit Short. Also zumindest mal kurzfristig. Das heißt nicht, dass wir dann den ganzen Tag da oben drüber ausbrechen. Das heißt aber, dass es jetzt erstmal dann halt ein bisschen schwierig wird. Und dann muss man sich halt schon überlegen, okay, will ich den jetzt noch haben? Macht das jetzt noch Sinn? Kriege ich den in der nächsten Stunde dahin, wo ich den haben will, den Markt? Oder sage ich dann halt nicht lieber mal, ja gut, dann machen wir halt irgendwie Mama Pause. Und dann setzt man halt eben nachher nochmal. Nochmal. Wenn es jetzt nur darum geht, hier ein paar Punkte mitzuschneiden, dann jetzt auf den Punkt, auf den Knopf drücken und dann hat man irgendwie zumindest nichts falsch gemacht. Hast du jetzt da oben den Stop schon auf dem durchschnittlichen Einstieg oder sehe ich das? Oder was ist das jetzt da? Oder ist das der durchschnittliche Einstieg? Das ist der durchschnittliche Einstieg, der Break-Even halt. Ich kann natürlich auch hingehen, könnte jetzt sagen, ich nehme nochmal irgendwie die zwei Kontrakte hier raus, die ich irgendwie zusätzlich gekauft habe, kann ich natürlich auch machen, um dann halt meinen Gesamt-Break-Even halt so ein bisschen zu verbessern. Also er klebt hier schon so ein bisschen nervig, finde ich irgendwie da dran rum, aber guck mal, wenn er jetzt hochkommen würde, nochmal, also er stützt dich hier irgendwie, das finde ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Das heißt, ich würde es jetzt so machen, wenn wir da oben drüber laufen, dann nehme ich den Zweiten, den Kleinen da oben mal weg oder nehme halt einfach die Hälfte weg. Kann man ja auch machen und dann halt mal sehen, ob er das wirklich ernst meint. Also das heißt, ich gehe hier nicht long, sondern nehme hier die Hälfte jetzt einfach erstmal raus. Der Gesamt-Break-Even jetzt? Genau. Da sind jetzt irgendwie gerade sieben Kontakte drin und muss das ja nicht unbedingt unnötig komplett irgendwie nach oben mitziehen, das Risiko, wobei man natürlich jetzt auch hier schon hätte dann irgendwie rausgehen können, als er sich hier so gewehrt hat. Das ist halt auch klar. Aber es sieht so ein bisschen anstrengend aus für Short. Das war beim DAX heute Morgen ja auch irgendwie ganz ähnlich. Jetzt sieht man, jetzt ist der Gesamt-Break-Even nach oben gerutscht und sodass die Position immer noch ein Plus ist und ich könnte jetzt natürlich dann auch einfach eins drüber dann nochmal die Position nochmal zusammenbauen oder auch hier drunter, falls er sich jetzt doch irgendwie nochmal begnügt, irgendwie das da oben sein zu lassen. Weil das kann natürlich auch sein, das ist ja halt klar, man setzt irgendwie einen Stop über den High und was wird als erstes genommen? Der Stop über den High. Das ist ja irgendwie das Normalste der Welt und deswegen auch nicht zu sehr davon beeindrucken lassen, aber wenn jetzt hier, das ist für mich entscheidend, hier die Value-Area einfach, um zu sehen, okay, wir krabbeln da drüber raus, weil dann wird es anstrengend. Was ich sagen wollte, ist, wir haben es im DAX ja irgendwie fast genauso gehabt seit morgen. Erstmal raufgeballert, auch mit einem riesen Gap im Kassamarkt und dann halt erstmal sah es ein bisschen schwach aus und dann hat er aber nachher oben einfach weiter rumgestänkert die ganze Zeit. Und das kann natürlich hier genauso sein, dass da halt eben der Markt sich jetzt einfach hier nur festklemmt und weil eben zu viele Short-Positionen im Markt sind oder warum auch immer und das dann erstmal halt irgendwie nicht weitergeht. Aber es ist natürlich, also ich bin schon noch der Meinung, also dass der das heute noch machen wird, ja, ich weiß nur nicht, ob es jetzt hier während des Webinars hat noch passiert. Das ist ja das, was wir uns natürlich wünschen, aber halt, das kann natürlich eben auch sein, dass es halt eben noch ein bisschen dauert beziehungsweise dann halt irgendwie, weiß der Geier, wann kommt. In der Regel ja dann abends um 21.30 Uhr. Jetzt fällt es mir gerade ein, weil gab es noch nicht mal ein Lied von Wolfgang Petry? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal, ob der Trade aufgeht oder nicht. Ja, genau, das war richtig. Ja, aufgehen wird er schon, aber wie gesagt, so die Frage, wann, das ist der zeitliche Faktor, ist immer der schwierigste. Man kann ja immer nur mit dem arbeiten, was man hat. Ich habe jetzt hier nochmal zwei reingetan, weil jetzt hier oben da auch schon wieder die Liquidität da oben weg gewesen ist und deswegen, aber immer mit Vorsicht, also nicht übertreiben das ganze Ding. Und nochmal, wer es nicht lassen konnte, irgendwie nachzuhandeln, der kann natürlich hier jederzeit auf den Knopf drücken und hat Geld. Weil bis jetzt war ja alles richtig. Gut, wenn man hier unten long gegangen ist, war es auch richtig, auch keine Frage. Es geht eben darum, was wir uns hier vorstellen, der Markus und ich. Du kannst ja schnell rumbrüllen, wenn da bei dir wieder was passiert und wenn du irgendwas machst. Ich würde nochmal bei mir draufgehen auf einen DAX kurz. Dann, da kam jetzt vom Lutz nochmal eine Frage, was der da treibt. Da geben wir mal kurz nochmal auf meinen Bildschirm, so und so. Und jetzt müsste das, glaube ich, auch bei YouTube wieder zu sehen sein, richtig? Ja. Perfekt. Was treibt der DAX da? Wer ist auf den neuen All-Time-High? Wir haben mit satten, großen Schritten die 19.000 überschritten. Und was wir sehen, wir sehen in den US-Märkten. Wir sehen All-Time-High. Wir sehen den S&P, wir sehen den Aztec und wir sehen den Dow Jones stark sein. Und das macht der DAX auch. Und der zieht natürlich da mit. Und hat der heute Morgen auch ein ordentliches Gap auf der Aufwärtsseite gesehen. Und jetzt muss ich hier nochmal schauen. Ich bin noch mit meinem neuen Rechner ein bisschen überfordert, zugegebenermaßen. Irgendwo hatten wir, nee, das hatten wir, glaube ich, hier nicht. Das war der Bereich. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass der jetzt natürlich auf der Oberseite auch durchaus Puffer hat. Und da ist ja jetzt, da ist ja nichts mehr, was irgendwie aufholt. Und wenn im Endeffekt die US-Märkte ja logischerweise stark sind und auch aktuell ja hier irgendwo Stärke symbolisieren, dann ist natürlich der DAX auch stark. Und vor allem ist ein kleiner Punkt, den man sich vielleicht mal merken kann. Wenn in China oder aus China was Positives kommt, dann ist das für den DAX ein Hauch mehr positiv zu werden als für die US-Märkte. Und der nimmt jetzt wahrscheinlich diese China-Thematik aus der Nacht auch so ein bisschen weiterhin positiv mit. Am Ende ist es halt, der läuft aufwärts. Und da jetzt eben natürlich, wenn man da anfängt, gegenzuhalten, stark gegenzuhalten, muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich habe es heute zweimal getan, zweimal gegengehalten und habe 0,4 R verloren oder so bei zwei Prades. Können wir ja kurz raufgeben. Das war sehr, sehr aggressiv, was ich da heute gemacht habe. Ne, Quatsch, wir müssen hier hinten gucken. Da war das ja logischerweise. Und dann muss man da hinten scrollen, Minuten-Chart. Ne, wartet mal. Quatsch. Hier. Hier. Wo ist es denn? Ne, hier müssen wir das wieder einstellen. Ach Gott. Jetzt doch nach drüben scrollen. Da sind wir. Und zwar habe ich heute Morgen direkt um 9 Uhr mit der Eröffnung versucht. Da kam ganz kurz dann die Reaktion hier auf der Unterseite. Ja. War ich allerdings in etwa nur ein R vorne, habe den dann aufs Hoch nachgezogen, habe hier in etwa ein halbes R verloren und habe dann hier quasi nochmal den Short-Versuch gewagt. Der lief dann besser an. Ja, war in etwa drei R vorne, habe den Stop-of-Break-Even plus eins gepackt und habe hier dann eben Mühe, wie damals der, wie immer der liebe Andreas Bernstein gesagt hat, einen Döner, ja, verdient, vorher ein halbes R verloren. Also war hier summa summarum minimals, minimals im negativen Bereich. Habe allerdings mit Abstand dann, das ja, das hatte ich ja, glaube ich, schon gezeigt, mit Abstand das dann eben im US-Dollar rausgeholt. Da war halt, also ich habe da ein knappes halbes R verloren und ich habe es noch gar nicht zusammengerechnet, aber hier waren es irgendwie 6, 7 R, die ich verdient habe. Also da ist erst mal für den heutigen Tag alles im Bereich. Zu meinem Risiko. Und hier unten im US-Dollar ist halt das Risiko, das ist ja das, was mein Trading ausmacht. Das Risiko ist das hier unten. Das war das Risiko. Der Stopp lag ganz knapp hier drunter, unter diesem Tief. Da habe ich auch einen Screenshot von gemacht. Ja, und wir hatten diese Überlegung dazu, die hatten wir heute Morgen im Devisenradar um 39 aufgebaut. Also da, und das hat heute das Geld gebracht. Ja, und da gibt es jetzt vielleicht auch noch eine Möglichkeit im S&P. Mal schauen. aber da ist bis jetzt noch nichts passiert. Aber es sieht ganz gut aus, der bremst sich so ein bisschen ein und dass jetzt diese Überlegung, dass der jetzt hier vielleicht nochmal reinläuft, was vielleicht für den Dirk jetzt nicht so schön wäre, für mich schon, da dann eben nochmal zu gucken, ob wir da dann einen Short nochmal kriegen, das wäre ja so die Überlegung, auf die ich jetzt warte. Genau. Können wir wieder zurück zu dir gehen, mein Lieber? Dirk. Ja, ja. Können wir machen. Ich habe die, das ist der Bildschirm, so, ich habe die Zeit nämlich mal genutzt, um hier noch einen Fehler zu machen, wobei ist noch nicht klar, ob es wirklich einer sein wird. So, ich habe mich nämlich hier unten einmal einstoppen lassen, äh, einstoppen lassen, nochmal irgendwie mit zwei Kontrakten, ist aber dann erstmal wieder hoch. Aber okay, er drückt jetzt erstmal nach unten, würde aber hier unten dann auch noch wieder anfangen, irgendwie aus zu skalieren, Ich warte hier eigentlich auf den Spike, auf den V-Bog, beziehungsweise hier das, das letzte Low und dann halt mal natürlich dieses, also dieses Spike Low, was wir hier im Kasamarkt gesehen haben, das sieht ja so ein bisschen aus, als würde er das nochmal irgendwie antesten wollen, ne? Vielleicht sieht es auch nur so aus, aber oben ist irgendwie erstmal nichts zu holen. Deswegen müsste der eigentlich mal so ein bisschen tiefer ansetzen, nur wenn es nur irgendwie kurz ist, äh, um sich dann halt vielleicht in der Mitte wieder einzupendeln, ne? Aber es sieht ein bisschen angestrengt aus, der Markt und jetzt rein vom, vom Bild her hier, von dem, was auch vorher schon gewesen ist, wäre natürlich hier unten, das wäre halt so das, das nächste Low, was überhaupt dann halt rein vom Bild her interessant ist. Aber vom Volumen her interessant, wäre jetzt eben der Versuch, hier durch den VWOP durchzukommen, beziehungsweise jetzt hier einfach mal die Value Area auf der Unterseite anzutesten. Oberseite haben wir gehabt, hat nicht geklappt, jetzt sind wir am Point of Control zurück, jetzt gucken wir mal in die Unterseite. Und wenn das irgendwie eine Range wird, und dann kann es natürlich auch gut sein, dass die sich jetzt erstmal dann halt eben in der Value Area hier abspielt und wir da gar nicht mehr weit kommen. Ich meine, wir haben noch vier Minuten, bis die erste halbe Stunde rum ist. Für mich auch natürlich immer insofern interessant, weil dann halt eben auch das Bild im H1 dann eben komplettiert wird und das ist eben immer noch im roten Bereich. Deswegen glaube ich immer noch, dass wir erstmal unten Luft holen müssen, bevor wir da oben rauskommen. Also, wer weiß, am Ende, gleich werden wir es sehen, irgendwie in drei Minuten wird uns der Markt zeigen, was er davon hält, von den ganzen Ideen. und aber hier, also natürlich hier extrem auf dem Point of Control irgendwie rumgetanze. Point of Control, für die, die das nicht kennen, das ist ja durchaus auch immer noch mal der ein oder andere Anfänger dabei, das ist einfach nur der Punkt, an dem heute das meiste Volumen gedreht wurde im Future, also im echten Future wohlgemerkt. Das heißt, dort sind einfach die meisten Brötchen verkauft worden, egal in welche Richtung. Und deswegen hat der natürlich, also der Markt braucht ja letzten Endes Volumen, egal wohin er will, beziehungsweise nicht egal wohin er will, aber letzten Endes, wenn man natürlich irgendwie größere Positionen als Händler halt in den Markt reinbringen will, dann macht man es ja nicht dort, wo das Volumen am dümmsten ist, weil man dort ja nur erwarten kann, okay, dort werde ich keine Abnehmer finden für das, was ich vorhabe. Und deswegen ist der Point of Control natürlich immer interessant. Ist klar. Aussage gehabt, ob jetzt rauf oder runter, hat er eigentlich nicht unbedingt. Außer er liegt natürlich jetzt irgendwie passend im Trend, dann ja, aber ansonsten ist es erstmal nur so wie so ein Magnet, wo es den Markt halt immer wieder hinzieht. Sieht man jetzt ja auch gerade wieder, kommt schon wieder da unten in den Bereich rein und ich hoffe ja immer noch, dass wir jetzt eben zum Ende der Stunde einen Spike nach unten kriegen, nachdem da oben die Sache ja doch sichtlich haarig ist. Aber wir stehen eigentlich nur knapp irgendwie unter Eröffnung, also so wirklich viel passiert ist hier leider nicht. Ich hätte mir ja schon gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Bums kriegen, aber man kann es natürlich nicht erzwingen. Das ist halt klar. Leider. Warten wir es ab. Die Coolness muss man mitbringen. Einfach dann. Ja, zwei Minuten haben wir noch. Ja. Also es ist ja auch so, dass im letzten Moment dann halt was passiert. Blöd wäre natürlich, wenn es jetzt nach oben knallt, dann haben wir halt hier irgendwie 25 Minuten für die Cuts gewartet. Aber trotzdem glaube ich, ist es ja ganz okay, was wir hier getrieben haben. Genau. Vielleicht nochmal, wenn man, also es ist mitunter schwierig und man kriegt das ja auch immer so mit, auch ich kriege das in den Streams oder auch in den Webinaren mit, wenn eben ein Markt auf dem All-Time-High ist, also quasi eigentlich aus der Vergangenheit null Referenzpunkt da sind, mit dem man irgendwie arbeiten kann, dann ist es mitunter auch so, dass man mal schauen kann in den Märkten, also es ist natürlich in jedem Markt unterschiedlich, wo gibt es logische Bereiche in dem Niemandsland, was wir ja haben, wenn wir immer neue Hochs ausbauen, wo gibt es logische Bereiche, welche trotz alledem eine Relevanz haben können. Und hier kann man sich unter anderem zum Beispiel an so Optionspreisen, also meistens eben diese Round Numbers, wenn man jetzt quasi im Dow Jones, wo haben wir den jetzt gerade vom Kurs her, wo sieht man das bei dir jetzt hier, ach da oben, 42.180, also wenn man jetzt zu zweispiele jetzt auf der Oberseite so 42.500 oder so, das sind natürlich dann so Bereiche, wo man durchaus eben annehmen kann, dass der da im übergeordneten Bild durchaus hinlaufen kann. So, das heißt jetzt nicht, dass der jetzt sofort in Richtung 2.500 läuft, aber, dass wir dort eben durchaus in diese Zonen übergeordnet hingehen können, welche man zum Beispiel, wenn man Long-Positionen hält, als Beispiel für Ziele nutzen kann. Wo wir sagen, okay, der läuft da wahrscheinlich eben, oder hat eine realistische Möglichkeit, in diesen nächsten Runden Nummern zu laufen. Und vielleicht nur mal so, dass man sowas mal gehört hat, da zählen im Dow Jones, ist das halt ein bisschen schwierig, weil der wirklich so volatil ist, da kann man nicht jeder Hunderter-Marke nehmen. 250 wäre vielleicht auch noch so ein Punkt. Müsste man mal gucken, wo jetzt da in den Optionspreisen entsprechend Open Interest da ist in den Optionen, weil daran kann man das ein bisschen ausmachen, weil da muss teilweise wieder Handlung vollzogen werden durch teilweise größere Market-Player. Genau, das vielleicht nochmal so als Gedanke. Aber du hast nochmal was aufgebaut, da oben habe ich gesehen. Ja, ich wollte dich in deinem Redefluss nicht unterbrechen und habe mal kurz den Markt gegen mich laufen lassen. Nein, aber er hat hier rauf gesqueezed, irgendwie im schnellen Squeeze da halt rauf und das geht selten gut und deswegen habe ich da oben todesmutig einfach die Position mal fillen lassen und jetzt zieht es ja auch eher wieder runter und das heißt, jetzt können es dann halt eben kommen mit ein bisschen Verzögerung, dass wir jetzt dann eben zum Anfang von dieser Stunde jetzt einmal da runter kommen, nachdem da oben jetzt halt widersichtlich irgendwie nichts zu holen war. Ich hoffe es, also Chancen hier rauszugehen gab es ja schon irgendwie genug und ich versuche es auch, wie man sieht, gerade so ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen zu viel Vehemenz zu verfolgen, das will ich gar nicht irgendwie von mir weisen, aber momentan, so, das ist, ja, ich gehe halt immer noch davon aus, also ich wäre, oder andersrum, ich wäre natürlich sehr froh, wenn wir das Ding komplett fertig kriegen hier in diesem, in diesem Livestream beziehungsweise im Webinar, es muss aber nicht sein, so, ich gehe immer noch davon aus, dass es halt eben kommt und die Kriterien sind einfach nicht, sind keine anderen, als jetzt irgendwie vor einer halben Stunde waren, nur, dass es halt eben dann, wie es aussieht, irgendwie ein bisschen länger dauert, als ich das gerne hätte, so, mehr hat sich eigentlich nicht geändert, aber das Gesamtbild steht unverändert und jetzt irgendwie ein kleines neues Hoch da oben ist jetzt auch nicht wirklich unbedingt beängstigend, und eher im Gegenteil, oft ist das ja dann so, oder es gibt ja diesen Spruch, irgendwie nach falsch kommt schnell, so, und wenn das falsch war, dann müsste jetzt eigentlich schnell kommen, so, und von daher passt das. So, ich gucke auch mal hier über die Kommentare auch mal drüber, habe ich da irgendwas übersehen, Risikohinweis kaum hörbar, ja, sorry, also ich denke, ist aber klar, das war vorhin hier, irgendwie habe ich nicht aufgepasst, weil da hat man den Markus nicht gehört, beziehungsweise nur über mein Mikro, aber den Risikohinweis, das hat man ja verstanden, und wir haben es ja auch nochmal wiederholt. Nasdaq, 220 Punkte über Tagestuch von gestern, Dau schwach, okay, Nasdaq habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Dirk, worum siehst du die Heatmap vom S&P nicht an? Doch, habe ich doch, mache ich doch, irgendwie abends habe ich die doch immer drin, ne? Klar, das sind natürlich ja auch irgendwie ein paar Dau-Werte drin. So, Cem, du hast mich heute bankrott gemacht. Was? Mit meinem Short, das glaube ich. Also pass auf, Cem, wenn ich, also mit meinem Short, ja, dann weiß ich aber nicht, was du gemacht hast. Also es tut mir leid, wenn du da halt jetzt irgendwie tatsächlich Geld versenkt hast, aber ich meine, wenn du wirklich nachgehandelt hast, kann das nicht sein. So, ja. Aber trotzdem, tut mir das natürlich sehr leid, aber du kannst mir ja gerne mal schreiben, was da passiert ist und dann versuche ich da auch gerne mal drauf einzugehen. So, jetzt haben wir aber endlich, ne? Nach hier, nach Falsch kommt schnell, kriegen wir das jetzt endlich. Nach einem höheren Hoch, ein tieferes Tief, ja, natürlich hier eine Umkehr, äh, im kleineren Timeframe, die ich mir natürlich sehr wünschen würde. Ich habe aber hier oben, wie man ja auch gesehen hat, äh, den, äh, den Short, der da oben nachgelegt wurde, auch nochmal anständig rausgenommen, ne? Also nicht irgendwie, äh, einfach nur drin gelassen, nachher habe ich hier so eine Monster-Position und dann fliegt mir alles um die Ohren, das ist ja nicht der Plan, sondern halt eben das Ding nach oben skalieren, ne? Und deswegen würde ich auch hier unten, äh, da auch nochmal ein Stück rausnehmen, wenn wir jetzt den Spike da kriegen sollten, nochmal halt hier rund die Hälfte nochmal weg und, äh, und dann liegt der Break-Even höchstwahrscheinlich dann schon ganz oben am Tageshoch, das wird man dann auch gleich sehen, weil das Rechen der Steered-Hörter ja die ganze Zeit mit, also nicht nur das, was jetzt irgendwie gerade drin ist, das ist ja einfach, sondern halt eher das, was auch alles schon rausgenommen wurde, ne? Das ist ja viel wichtiger, weil das macht ja am Ende meinen ganzen Trade ja auch aus, ne? Und, äh, und da wird man jetzt sehen, dann, wenn der jetzt halt irgendwie noch einen Spike kriegen, hier ist der V-Bot, ne? Und, äh, wenn wir noch einen Spike kriegen und dann wird der, der Break-Even wird nach oben rutschen, das ist dann nicht etwa ein Fehler, sondern das liegt dann daran, weil eben schon alles mitgerechnet wurde, was verkauft wurde, mitgewinnt. So, ich nehme jetzt mal manuell raus, das dauert mir zu lange. So, das heißt, jetzt hat man es gerade gesehen, der Break-Even ist nach oben abgehauen, das ist, wie gesagt, kein Fehler in der Darstellung. So, jetzt kann ich aber hingehen und kann die Position einfach absichern, ja? Durch die Skalierung liegt mein rechnerischer Break-Even jetzt komplett da oben drüber und jetzt, das heißt, ich kann jetzt nichts mehr kaputt machen und das war halt auch so generell das, das Ziel, ähm, wie ich diesen Trade halt irgendwie gerne handeln würde, nämlich halt eben per Average da oben rein, hier ein paar Positionen raus, dadurch habe ich mein Break-Even im Nirvana von heute, wo der Markt noch nie war und wenn er jetzt nochmal ein neues Tageshof macht, dann sage ich halt, naja gut, dann bin ich halt mit ein paar Punkten da raus, aber obwohl er über meinem ursprünglichen Entry da rein ist, ist es aber insgesamt, ist es trotzdem noch gut gegangen. so. Perfekt. Lutz schreibt jetzt, er hat 150 Punkte plus, er weiß nicht, was der Kandidat dort falsch gemacht hat, nein, also, wollen ja keinen, weil er weiß, was, was da passiert ist, vielleicht war es ja auch nur Spaß. Ihr habt wahrscheinlich bei mir gerade bütteln hören, der Euro-Estaler kommt da unten und ich habe mir jetzt nochmal den nächsten Alarm reingelegt an die aktuellen Tagestiefs beziehungsweise einen große Tiefer und würde jetzt halt mal schauen wollen, ob ich den dort unten irgendwo bekomme. Also wir hatten jetzt das Tief von gestern, das liegt jetzt aus aktueller Sicht noch fünf Ticks, vier Ticks tiefer. Jetzt kommen wir gerade ran an die Tiefs, also bimmelt gleich wieder los bei mir, er baut allerdings ein bisschen Momentum auf und wir hatten gestern auch Momentum, muss man, also. Willst du auf deinem Bildschirm? Wir können ihn gerne zeigen. Wir können ihn gerne zeigen. So, jetzt sehen wir den Euro-Estaler und ich hatte ja vorhin mir diesen Alarm hier unten reingelegt, der wurde jetzt schon gehittet, jetzt habe ich den neuen Alarm hier an den Tagestiefs dran liegen. So, und ich wollte den ja generell, auch von der Idee von heute Morgen, dass der Bereich hier unten eben irgendwie in einem Long-Bereich ist. Wir sind ja immer noch in diesem großen Bereich drin und jetzt schaue ich halt so ein bisschen, wir haben jetzt das Tief hier noch, das hier, das ist das von gestern, dann haben wir heute Morgen das Tief hier, da sind wir jetzt mehr oder weniger ja gerade dran und ich würde es jetzt schon ganz gern sehen wollen, dass der wenigstens hier irgendwie noch so, Moment, das sollte ein Fall werden, noch ein bisschen dicker, dass er hier noch irgendwie so ein bisschen runterkommt und der sich dann hier unten fängt und dass man hier nochmal irgendwie die Möglichkeit bekommt beziehungsweise noch schöner wäre es, aber ob er das wirklich macht, nochmal unter die Tiefs von gestern und dann eben die Stärke hier sieht. Das wäre so ein Gedanke, den ich jetzt noch irgendwo, wo ich so ein bisschen abziele, was jetzt für mich persönlich das nächste Szenario wäre, denn der SMP, der ist ja jetzt zwar nach oben nochmal gekommen, für mich erstmal nicht ausreichend genug, denn er ist quasi nur nochmal an diese Rangekante, mehr oder weniger von der Unterseite ran und hat eben nicht mehr hier in etwa diese Mitte getroffen und ist dann weiter nach unten. Also da ist nichts passiert von meiner Seite und von daher warte ich jetzt und da muss er ja auch nochmal hinkommen. Ich würde den Bereich hier oben immer noch, es ist sogar noch schöner jetzt, dass der quasi hier jetzt quasi ja hier und hier so ein bisschen noch hochs ausbaute, weil sich dadurch natürlich hier wieder Möglichkeiten auch für Verkäufer bieten, zusätzlich zu dieser Zone, die hier per Alarm ja irgendwo hier, was wir vorhin besprochen hatten, diese Area. Also wenn er jetzt hier hochkommt, dann ist das ja noch ein Indiz mehr, dass er hier drehen kann, aber das muss er ja erstmal tun und das wird höchstwahrscheinlich in Weichen dauern und somit ist hier, da sind wir näher dran, an der Möglichkeit vielleicht einen Trade zu finden. Und das warte ich jetzt ab und gucke, ob ich da so ganz konservativ abwarte, wie heute Morgen. Da habe ich ja quasi wirklich erstmal abgewartet, dass der nach unten kommt. Ja, zack. Hat dann hier im Prinzip ein Tief ausgebaut, hat sich erholt, kam nochmal zurück und habe dann in diesem Rebound hier quasi reingegriffen, hätte auch hier nochmal eine Re-Entry gewagt, wenn er die Tiefs nochmal rausgeholt hätte. Und so ähnlich kann es jetzt auch sein. Der kommt nach unten und dann gucken wir mal, ob ich dann erstmal abwarte, dass man hier vielleicht nochmal so eine Re-Entry-Situation handelt. Also da wäre dann hier so der Einstieg. Vielleicht auch noch ein Stück tiefer, so ein bisschen, warte ich schon nochmal ab, aber es kann sein, dass ich ein bisschen aggressiver tue als heute Morgen. Aber da warte ich jetzt und gucke und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, hier jetzt in den letzten Minuten nochmal was zu finden. Ich sage mal, so zehn Minuten haben wir ja noch in etwa jetzt hier, dass wir die Stunde voll machen. So. Ja. Ich lese gerade nochmal die Fragen hier. Okay. Lutz, ja, das nehme ich mal mit. Okay. Lutz hat seinen Zielbereich bei 1.11.86 nach oben. 1.11.86 nach oben. Ja, durchaus möglich. Die Aufwärtsseite wäre ja auch für mich im Kalkül und wenn das so kommt, wie der Lutz das in seinen Zielbereichen hat, dann hätten wir auf jeden Fall eine schöne Chance. Und ich schaue mal. Es ist schön jetzt, wenn du schaust mal, folgendes, wenn der jetzt hier so ein bisschen, also wir sind eh schon in einem Bereich, der interessant ist. Hier drunter liegt Liquidität. Die haben wir noch nicht geholt. Er baut vor der potenziellen Liquidität jetzt ja nochmal Liquidität auf. Lass den ein bisschen und dann zack. Zack. Das wäre schon mal was, wo ich dann hier irgendwo long suchen würde. Noch nicht. Noch ist nicht viel passiert. Es kann natürlich, wenn man abwartet, immer sein, dass der Markt abhaut, dass er so ein V sieht. Aber schaut euch mal die meisten Wendungen an. Die sind in der Regel nicht eine grüne Kerze hoch und sofort wieder nur rot zurück. Also klassische V oder umgekehrtes V, sondern in meisten Fällen, also sowas hier und dann direkt nach oben passiert in den meisten Fällen nicht, sondern fängt so ein bisschen auch auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Er fängt erst mal an, so ein bisschen schwächern, doch nochmal ein Tief. Klar, auch mal hier so eine V-Situation. Aber meistens ist es irgendwie langsamer, nochmal ein Retest, um dann in die Richtung zu gehen. Und da setze ich auch eigentlich in den meisten Trades so ein bisschen drauf, dass das passiert. Ja, das klassische Stop-Phishing halt, ne? Genau. Also was man gerne so bezeichnet, was aber halt auch immer so ein bisschen fragwürdig ist, weil es wird ja oft irgendwie gesagt, ja, es ist irgendwie Absicht, um die Retailer da rauszuholen. Ich glaube, das hat mit den Retailern auch irgendwie ziemlich wenig zu tun. Es ist einfach nur ein normales Marktverhalten. Weil klar, das sind ja irgendwie auf keinen Fall, also ich meine, wir bewegen den Markt nicht, sondern das sind andere Player und die tricksen sich natürlich genauso gegenseitig aus. Oder was heißt tricksen sich aus? Die haben ja halt eben auch ihre Aufgaben beziehungsweise das, was sie mit dem Markt ja dann halt machen müssen und versuchen ja dann auch, wenn sie eine Long-Position haben wollen, so tief wie möglich reinzukommen. Und das Beste ist natürlich, naja, wenn die anderen halt eben plötzlich mitgehen beziehungsweise dann halt auflösen, den Markt nach unten drücken, dort die Liquidität zustande kommt und dann hat man natürlich als Bigger Player, nennen wir mal so, dann natürlich auch im Durchschnitt den besseren Entry, weil es ist ja ganz klar, wenn ich da mit viel Volumen reingehe, das ist genau wie bei einem Future, beim Dow oder wo auch immer ja dann halt auch, wenn ich da halt 100 Kontrakte unterzubringen habe und dann bewege ich den Markt ja selber sofort um irgendwie 20 Punkte, das will ich ja nicht. Und wenn mir die andere Seite aber entgegenkommt quasi und ich die halt tiefer dann halt einsammeln kann, ja dann Hurra, dann habe ich dann halt irgendwie den Markt selber gar nicht bewegt da unten und habe einfach nur den besseren Entry. Genau. Lutz sagt jetzt, er hat sich verbessert, er meint nicht auf der Oberseite die 1186, sondern die 1086 hier unten. Da habe ich ja auch meinen nächsten Bereich so drin liegen. Es ist halt, die Wirtschaftskennzahlen, die sprachen zwar irgendwie für einen starken Dollar, aber aus Sicht der Zinsen wiederum eher für einen schwachen Dollar. Mittelfristig. Ich würde persönlich, man kann nicht hell sehen, aber dass der jetzt nochmal jetzt den Sack hier unten, den Absacker nach hier unten, ich würde den für heute jetzt persönlich nicht so sehen wollen, aber es kann immer alles passieren. Deswegen würde ich ja auch hier zusehen, jetzt kommt er ein bisschen stärker nach oben, aber jetzt sehen wir idealerweise eine ähnliche Situation wie heute Morgen. Der kam erst mal nach oben, jetzt irgendwie nochmal zurück. Ich könnte mir dann so ab dem Bereich vorstellen, beziehungsweise in diesem Fall er wird wirklich trotzdem nochmal drunter, dass wir hier irgendwie eine Möglichkeit kriegen. Das warten wir ab, aber wahrscheinlich dauert es jetzt dann doch ein paar Minuten länger und ich würde mir da auch nur noch eine Möglichkeit geben. Eintrade. Entweder der sitzt oder er wird ausgestoppt. Für den Euro-S-Dollar heute. Eintrade noch. Und im S&P, da ist jetzt erstmal nichts zu tun, weil in diesem Niemandsland von heute Nacht, der ist ja quasi, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ist ja der S&P 500 nur in der Kernhandelszeit. Der hat irgendwo einen Schlusskurs gemacht, ganz knapp unter den alten All-Time-Highs und hat ja quasi jetzt hier oben eröffnet und kommt ja jetzt gerade nach unten und ist hier irgendein Niemandsland, wo wir noch nie waren. Da wird es, also wenn der weiter nach unten kommt, was nicht ausgeschlossen ist, hat man ja vorhin besprochen, in den US-Opening-Bänden, dann wird hier unten irgendwo das nächste Interesse wieder aufkommen und das ist irgendwo hier. Also hier jetzt irgendwas zu machen, ist gar nicht in meinem Interesse. Entweder nochmal hoch und runter oder wenn er gleich nach unten geht, dann kann man hier unten halt überlegen, ob man vielleicht Long-Nom findet. Das jetzt da vielleicht von mir nochmal. Wir gehen nochmal zu dir, Dirk, dass wir vielleicht auch den Stereo-Trader sehen. Du hattest vorhin diese Pullback-Thematik besprochen, jetzt hast du ja schon wieder Positionen offen, oder? Ach nee, das ist nochmal diese... Nee, nee, ich habe nur hier unten ein bisschen, also gar nicht umgebaut, sondern hier würde ich halt nochmal irgendwie einen Short irgendwie reingeben, weil wir haben jetzt eigentlich genau das gesehen, was wir vorhin beschrieben haben. Also, dass halt hier einfach nur die Value Area Low, genau diese, wo er auch hier aufgesetzt hat im Future, bevor die Kasse aufgemacht hat, hier das Value Area Low, klar, also was heißt klar? Aber das ist halt so ein typisches Ding, Value Area High, klappt nicht. So, Point of Control, okay, nächster Punkt und dann Value Area Low. So, und dann wieder ab in die Mitte und jetzt sind wir gleich wieder in der Mitte und daher einfach nur Range-Geschieber, aber halt eben jetzt nicht unbedingt eine Range, die man halt mit Kerzen gut eingrenzen kann, die man aber sehr wohl hier mit Volumen gut eingrenzen kann jetzt gerade und deswegen auch hier nicht weiter verwunderlich. Ich würde aber trotzdem immer noch, ich meine, an der Grundidee lasse ich nicht ab und auch vom Prinzip her, das, was der Markus gerade beschrieben hat, ist ja eigentlich genau das, was wir hier gesehen haben, nur ein bisschen schneller eigentlich, dass der Markt ja eben nicht, sondern nach oben läuft und dann halt brav nach unten läuft, sondern genau diese Dinge halt. Das heißt, da oben erstmal ein bisschen die Liquidität irgendwie abholt, dann das Volumen nutzt und dann halt die eigentliche Richtung halt irgendwie anzugehen und das hat er eigentlich hier genauso gemacht. Also korrigiere mich, wenn ich da deinen Vortrag irgendwie missinterpretiere, aber ich bin der Meinung, es ist genau das Gleiche, was wir hier sehen. Wir sehen es halt nur nicht so deutlich, weil wir jetzt hier einen Spike haben, das heißt, es ging schneller, aber das Prinzip ist exakt dasselbe finde ich halt. Genau. Und deswegen würde ich auch hier tippen, dass wir hier genau das Gleiche sehen werden, nämlich, dass wir jetzt einmal da runtergehen und dann kann er immer noch machen, was er will. Und ich will ja nur bis da unten hin, bis an dieses Level, egal wie lange das dauert. Da will ich halt nochmal hin und ich glaube auch nicht, dass dieses so sauber, dass das hier jetzt einfach mal so stehen bleibt und jetzt korrigieren wir brav nach oben. Das ist ja eher nicht der Fall. Was wir hier sehen, oben im M15, deswegen habe ich den immer drin, ist für mich so diese Nervlinie, also EMA 200, keine Ahnung, das ist irgendwie so, ich habe den kennengelernt vor zehn Jahren und seither ist der immer irgendwie drin. Ich weiß nie so recht, wer ich damit anfangen soll, ich sehe aber nur, dass der Markt den immer irgendwie ganz toll findet, aber ohne jegliche Relevanz, sagen wir es mal so. Er bremst dann jetzt hier mal, dann weiß man, okay, der hat jetzt irgendwie auch noch gerade dazu gepasst, aber ich würde jetzt nicht so handeln nach dem Motto, er schließt drüber, dann muss er long, dann schließt drunter, dann muss er short oder sowas. Sondern es ist einfach nur so, da weiß ich, okay, da wird der Markt in der Regel ein bisschen nervig und deswegen habe ich die da halt drin. So, hier würde ich halt nochmal, wie ich ja gerade schon gesagt habe, nochmal ein bisschen ausbauen, eben darauf bauen, dass wir da unten nochmal runterkommen. Von daher kann man hier nichts Neues mehr erzählen, aber was ich halt sehe, ist, dass halt zumindest doch einige ja auch gepunktet haben. Also, der Lutz hat ja dir auch gerade was gesteckt über GoToWebinar, hier bei GoToWebinar, bei YouTube ja auch, Lassartoria meint, Dirk, der Target ist 42.030 oder 41.600. Naja, wir sind halt generell deutlich höher heute gestartet, als ich das gestern vermutet hätte. Und er hat sich ja, also, generell schon noch die 41.600, aber es sind von hier jetzt mal eben 500 Punkte runter. und dazu müsste er natürlich erstmal wieder den Bereich da unten verkaufen, wo ich jetzt erstmal hin will. Wenn das gelingt, wenn wir dort dann irgendwie mit, wirklich mit ein bisschen Druck unten durchgehen, das wird aber auch nicht von jetzt auf gleich passieren und dann kann es halt sein oder beziehungsweise dann ist die Chance für die 41.600 auch nochmal da. Nur, wir haben ja vorhin das Thema gehabt mit den Asiaten, da halt eben über Nacht ist halt einfach viel passiert. Die Märkte stehen halt einfach viel, viel höher. Genauso gut kann es sein, dass der sich jetzt hier in der Range festfrisst, ja, und da heute irgendwie gar nichts mehr passiert und dann wir morgen nochmal nach oben laufen. Das kann natürlich genauso gut sein. Das wird man halt einfach sehen müssen. Man kann ja halt immer nur, deswegen ist das mit den Analysen ja auch immer so ein bisschen, ich will es nicht sagen, Banane, aber wenn man halt Zeiten hat, wie momentan oder wir hatten das letztens ja auch, da macht man morgens den Chart auf und dann steht der DAX irgendwie 200 Punkte höher irgendwie als am Tag davor oder 200 Punkte tiefer. Dann kann man abends so viel Oraken, wie man will, ja, das bringt halt nichts, weil halt ja einfach der asiatische Markt, ja, dann halt eben den Markt genauso mitmacht, wie halt eben der europäische und der US-Markt. Und scheinbar haben wir augenblicklich auch wieder die Situation, gestern war es doch genauso, gestern irgendwie 100 Punkte zu tief gestartet, heute irgendwie 100 Punkte zu hoch gestartet, also zu hoch in Anführungszeichen, aber halt höher, als eben die Kasse aufgehört hat zu handeln und das ist halt nicht gewöhnlich. Normal ist es ja eher so, dass halt irgendwie dann nach Kassaschluss, also vor allen Dingen im DAX, da eigentlich nicht so wahnsinnig viel mehr passiert, zumal ja auch die Zeitspanne, wo der Future zumacht, bis die Kasse aufmacht, ist ja nicht so ultra lang, wie das zum Beispiel im Dow der Fall ist. Also der DAX macht um zwei Uhr irgendwas, macht er wieder auf, sechs Stunden später, sechseinhalb Stunden später ist die Kasse dabei, der Dow Future macht um elf Uhr zu und 15 Stunden später ist die Kasse halt wieder dabei. Und deswegen kann man das halt nicht wirklich vergleichen oder beziehungsweise macht es halt von der Analytik her deutlich schwieriger. Jetzt war es jetzt für unten da, wo hast du jetzt Take Profit für alles da drin liegen, oder? zwei Stunden. Ich habe hier unten, würde ich mal zwei Kontrakte nochmal rausnehmen, wenn er hier einen Spike runter macht, gleichzeitig hier den Trail aktivieren, aber erstmal mit einem Abstand von 20 Punkten, um dann zu sehen, wenn wir da runter schieben, bleibe ich drin, ansonsten, um jetzt nicht da unten unbedingt direkt genau im Take Profit da unten rauszugehen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich da unten dann das Ende ist, wenn der jetzt hier dieses Low rausnimmt. Und dann halt mal sehen, vielleicht kriegen wir noch ein paar Punkte mehr, wenn nicht, aber generell das Target-Jahr ist unverändert natürlich hier. Aber, ja, klemmt erstmal nur irgendwie fest. Und ich denke mal, so lange werden wir auch nicht mehr machen, vielleicht noch irgendwie zehn Minuten, mal gucken, vielleicht kriegen wir die Begegnung ist. Ja, man kann ja jetzt im Prinzip nur beobachten, ich hatte ja erwähnt, von meiner Seite ist jetzt erstmal gar nichts zu tun und wir können jetzt natürlich noch ein bisschen die Position beobachten, ansonsten. Gibt es von eurer Seite Fragen vielleicht noch? Das wäre ja nochmal was, dass wir vielleicht nochmal die ein oder andere Frage, ich gehe nochmal durch, hier steht eine ganze Menge drin, aber ich glaube, das meiste ist, quasi bin ich schon drauf eingegangen. Ja, der Gringo fragt hier gerade, gibt es die Möglichkeit im MT5 und Stereo Trader Profit in Euro per Klick? Also meinst du Durchschnitt pro Trade? Oder wie? Das geht alles, ja. Das kann man alles anzeigen. Vielleicht, Dirk, sagst du nochmal ein bisschen was zum Stereo Trader, wer den jetzt nicht kennt. Also es ist ja so, vielleicht kurz von meiner Seite, wenn man bei JFD ein Konto eröffnet, hat man die Möglichkeit, den Stereo Trader for free zu bekommen. So muss man den bezahlen, Dirk. Wenn man den haben möchte, kriegt man den, aber muss man bezahlen, oder? Bei JFD oder wie? Generell, generell. Achso, generell, ja klar. Also man kann ihn halt entweder, klar, man kann ihn halt sozusagen direkt mieten über Digistore beziehungsweise geht auch über die Homepage, aber halt es ist natürlich wesentlich klüger, dann halt irgendwie bei JFD ein Konto aufzumachen und sich den von JFD bezahlen zu lassen. Genau. Also der kann dadurch nicht weniger, das ist klar, aber nein, das ist auch deswegen klüger, weil man natürlich dann auch den Support von JFD und so weiter dann eben mit dabei hat und wenn halt mal, keine Ahnung, irgendwas mit dem Konto ist oder was auch immer, hat man halt einen Ansprechpartner und muss da halt nicht von A nach B. und der Stereo-Trader, ihr seht ja, das ist halt nochmal ein zusätzliches, man kann schon sagen, eigentlich ein völlig unabhängiges Programm, was zwar im Hintergrund den Meta-Trader hat, aber man hat natürlich diverse Möglichkeiten, umfangreiche Möglichkeiten, mit seinem Trading noch ganz schön viel machen zu können, gerade was eben die Positionsskalierung betrifft, was Teil-Take-Profit betrifft, was eben auch Add-ons betrifft, um sich mehr anzeigen zu lassen. Vielleicht von deiner Seite nochmal, das waren einfachen Worten von dir, aber vielleicht von dir nochmal so ein bisschen detaillierter, was sind so die Key-Points, die du so hervorheben würdest vom Stereo-Trader? Also ich glaube halt wirklich, dass das Money-Management, vor allen Dingen im schnellen Trading, im Day-Trading, ich meine, man sieht es ja hier, wie ich das ja auch mache die ganze Zeit, das ist auf jeden Fall halt eine Sache, die macht einem das Leben einfach leichter. Man muss sich nicht darüber Gedanken machen, wo habe ich was zugemacht, ja, wo stehe ich jetzt überhaupt insgesamt und also rechnerisch, Break-Even zum Beispiel, wenn man einen Trade zum Beispiel so halt macht, also das finde ich halt einen Riesenvorteil einfach. Also das ist so ein Ding, was ich immer den totalen Killer finde, irgendwie bei allen anderen Anwendungen, dass man halt irgendwie, oder fast allen, dass man halt immer irgendwie dauernd irgendwie rechnen muss. So, jetzt kommt er hier runter, das ist doch schön, guck einer an. Und dass man halt irgendwie dauernd rechnen muss, finde ich so ein bisschen anstrengend. Das nimmt einen der Stereo-Trader halt erstmal ab und dann ansonsten, dass ich halt auch sagen kann, ja, zum Beispiel hier, ich kann ja auch irgendwie meinen Exit ja auch automatisieren und kann ja dann zum Beispiel sagen, ja, okay, nach so viel Verlust, egal ob ich jetzt da einen Stopp habe oder nicht, das heißt, ich muss gar keinen Stopp loss setzen. Ich kann den auch monetär hier zum Beispiel einstellen. Kann dann sagen, ja, bei, was will ich, zwei Prozent bin ich dann halt irgendwie raus, Minus oder bei zwei Prozent Profit. Ich kann es nach der Equity machen, ich kann mich abends um 21.59 Uhr pünktlich rausnehmen lassen. Das heißt also, die ganze Stressabteilung, die mit Zahlen zu tun hat, die nimmt einem, der Stereo-Trader, glaube ich, schon ganz gut ab. Und dann auch ansonsten, also Key Features, klar, Limit Pullback Order, immer noch irgendwie die beliebteste Funktion, vielleicht kriegen wir es jetzt hier ja auch zu sehen und dann, die würde dazu führen, der steht jetzt auf sieben Punkte. Wenn der Markt jetzt hier hinkommt, muss er erstmal sieben Punkte rückwärts laufen, bevor die Order gefüllt wird. Aber auch, das ist ja auch schon wieder so ein Ding, Order fillen, wenn man jetzt zum Beispiel das mit dem Meta-Trader macht, dann hätte man hier plötzlich eine Long-Hedge-Position und das macht der Stereo-Trader ja nicht, sondern der verrechnet das ja. Man kann aber auch hedgen, ja, ich sage nur, was der halt machen kann, ja, und aber bei mir ist es immer bei Standards so eingestellt, dass ich halt keine Hedge-Position mache, sondern halt hier immer alles miteinander verrechnet wird. Und auch das geht nicht ohne weiteres, dann halt eben im Meta-Trader, ohne den Stereo-Trader. Okay. Also Money Management, ganz groß, Statistik ganz kurz, da hat nämlich jetzt irgendwie jemand gemeint, wenn man Reset drückt, ist die Statistik weg. Nein, 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 die ist auf keinen Fall weg, weil die ist, die wird ja die ganze Zeit mitgeführt, auch wenn man den Stereo-Trader schließt, weil der rechnet ja die ganze Statistik aus den Positionen, die die Meta-Trader-Historie ja bereitstellt. da kann man schon eine Menge machen. Das ist der Punkt. Man muss allerdings, da bin ich ja immer so, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht anfängt rumzuspielen und irgendwelche sinnlosen Sachen macht, sondern schon guckt, okay, was macht für mein Trading Sinn und das natürlich dann entsprechend einstellt und dann kann man den natürlich auch ein bisschen abspecken. Das sieht natürlich jetzt alles so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen kompliziert aus, aber wenn man da erst mal angefangen hat, mal ein, zwei, drei Wochen sich mit zu beschäftigen, auch wirklich intensiv, dann hat man das, denke ich, relativ schnell raus, oder? Oder wie ist da deine Erfahrung? Also das Ding ist, ich sehe es halt, um jetzt hier mal so, das ist zwar eigentlich die Marketingabteilung, aber das Ding ist, es gibt ja zum Beispiel so Statistiken irgendwie über Nutzerverhalten und ich sehe halt zum Beispiel, dass wir im Stereo Trader tatsächlich zweieinhalb, also dass die Leute zweieinhalb mal mehr länger beim Handeln dabei bleiben als jetzt ohne, also als jetzt im vergleichbaren Durchschnitt und das spricht ja zumindest die Sprache, dass die Leute, die den Stereo Trader haben, ihn auch nicht mehr hergeben und klar, man muss sich so ein bisschen drauf einschießen und es sieht immer so ein bisschen viel aus, eigentlich ist es das, aber nicht und ich finde halt oder was heißt ich finde, wenn ich das sage, klar, dann klingt das immer wie Eigenwerbung, das ist immer ein bisschen doof, aber letzten Endes, das ist ja genau das, was die Zahlen bestätigen, eben die wir haben und was ja auch generell das Feedback von den Usern ja auch ist und von daher finde ich das immer schöner, Markus, wenn du das sagst und wenn du Werbung machst, wie wenn ich das mache, du weißt ja, so Eigenwerbung hat immer so einen Fremdschämenfaktor. Ja, aber deswegen habe ich dich auch darum gebeten, weil ich bin ja auch von ehrlich, ich habe, ich kenne den Stereo-Trailer schon Jahre, habe ihn allerdings eben noch nie umfangreich genutzt und wir sind dabei, dann in den nächsten Monaten das dann vielleicht auch bei mir mal zu installieren und dann für mich ist immer wichtig, dass ich das Ding auch wirklich dann so wie ich es brauche für mich, das wird nicht, ich werde kaum die ganzen Funktionen nutzen, aber die eine oder andere schon und dann ist es für mich halt wichtig, dass ich dann auch wirklich den Stereo-Trader vollends verstehe und bedienen kann und nicht dann eben am Anfang gleich, dass es eine Fehlerquelle für mein Trading ist, weil es kann natürlich bei einer neuen Software immer passieren, deswegen sollte man auch die ersten Tests auf einem Demokonto machen, auch erstmal ein, zwei Wochen alles ausprobieren, sein Trading erstmal, von mir aus nebenbei, ist ja nicht so schlimm, ob man dann den Einstieg vielleicht auch mal eine Minute später hinkriegt oder so, einfach das Gleiche, was man auf dem Live-Konto macht, mit dem Stereo-Trader erstmal umsetzen und wenn man die Sicherheit hat, dann fängt man an im Prinzip das auch live zu nutzen, so werden wir das dann auch machen, sodass ich mich da dann auch mal mit beschäftige, genau. Was ich jetzt hier gerade gemacht habe, ist einfach auch ganz simpel, das ist eine CS-Order, das ist jetzt schon ein bisschen weiterführend, aber ich habe jetzt oben eine Long und hier unten eine Long und egal welche jetzt zuerst gefüllt wird, sie nimmt dann die andere automatisch raus, damit ich nicht dann irgendwie plötzlich vier Kontrakte los bin, sondern nur zwei, so wäre jetzt doof, wenn er wieder hoch, was heißt doof, aber halt dann dauert es noch ein bisschen länger, wenn er wieder hochkommt und aber dann ist unten die erstmal weg, wird man jetzt sehen, falls er es macht und falls er doch zuerst runter geht, dann ist oben die Long-Order weg. Das sind so kleine Automationen, die man halt eben machen kann und dann natürlich so Geschichten wie Trading-Stop, die ich ja hier gerne demonstriert hätte, aber wenn der Markt jetzt zeitlich nicht so ganz mitspielt, wie ich mir das vorstelle, dann muss ich halt damit legen. Heißt son, one cancels the other, oder? Die dieses cancelt die andere so? Ja genau, also CS ist cancel same, CO ist cancel the opposite oder other, ja, jetzt hat man es gesehen, beide weg, also die untere ist gelöscht worden, die hier ist gefüllt worden, Trade ist aber immer noch aktiv, Break-Even ist jetzt nochmal ein Stück höher gerutscht, jetzt liegt er da oben mittlerweile, ja, auf jeden Fall, so kann man es halt machen, aber wir haben hier Range, wir haben es ja so ein bisschen vermutet, dass wir Range kriegen, jetzt haben wir sie halt und jetzt ist es halt so, aber trotzdem irgendwie dann halt noch was draus gemacht, ja. Schaut nochmal, wir brauchen es jetzt gar nicht nochmal machen, aber wir hatten ja mehrfach auf dem Euro-Ester jetzt aufgeschaut, der ist erstmal in der Tat ein bisschen stärker nach oben gekommen, aber die Idee gilt immer noch. Schaut euch mal den Bereich 1125, 1126, 1124, also dieser Bereich der aktuellen Tiefs von heute Morgen, von jetzt am Nachmittag an, das ist ein interessanter Bereich und da, ich bin ja jetzt auch selbst noch ein Weilchen am Rechner und mache jetzt ein paar andere Sachen im Büro, habe meinen Alarm da drin liegen und blicke jetzt natürlich nicht jede Sekunde auf den Chart, aber wenn der Alarm bimmelt, dann bin ich ruckzuck da und würde da schon, ich sage mal so, etwa bis 17.30, also noch eine Stunde, ja doch, 17.30 heute würde ich so machen, bis dahin würde ich die Idee noch aufbauen, danach nicht mehr, weil dann einfach nach hinten raus es ruhiger meistens auch im Forex-Markt wird und dann warte ich lieber auf morgen und gucke, dass ich in Ordnung eine Möglichkeit finde. Genau. Dirk, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, wie immer. Und im nächsten Vortrag haben wir auch, da haben wir eine kleine Überraschung, denn da werden auch wieder zwei Webinare mit dir und dem Stereo-Trader, mit dem Stereo-Trader stattfinden, aber nur eines mit mir und du wirst einen zweiten Protagonisten haben nächsten Monat und da freue ich mich auch richtig drauf, dass er dabei ist und seid gespannt und ja, besten Dank dafür, Dirk, euch allen erstmal wunderbaren Rest-Handelstag und dann hören wir uns, lesen wir mal ganz kurz, genau, hören wir uns quasi morgen früh, Dax Long oder Short auf YouTube wieder hier bei JFD und dann bin ich erstmal unterwegs und am Wochenende gibt es eine Trading-Wochen-Handel und nächste Woche sind wir dann auch mit den Streams und Webinaren wieder da. Dirk, besten Dank, euch vielen Dank, bye bye und ciao. Auch von meiner Seite Dankeschön und Trade ist noch auf, ich glaube, ist auch alles gesagt und wie der Markus schon gesagt hat, wir sehen uns auf jeden Fall wieder zusammen, einmal leider nicht, aber das macht der Andreas, oder? Habe ich das richtig verstanden? Jetzt hast du es verraten. Ja? Ja. Das ist ein Geheimnis. Jetzt noch mehr. Aber die meisten haben eh schon abgeschaltet bei der Werbung von daher. Nein, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir es wieder zusammen machen, hat ganz viel Spaß gemacht, Dankeschön, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, also bei mir, bei Markus wisst ihr jetzt schon, bei mir, wir sehen uns heute Abend um 22.30 Uhr und dann gucken wir uns nochmal an, was draus geworden ist und was als nächstes draus werden wird. So, also, kann ich auch nur sagen, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. JFT Just Fair and Direct JFT JFT Vielen Dank.